hallo ihr lieben willkommen zurück auf meinem kanal schön dass ihr wieder dabei seid und diesmal habe ich mit der lieben kira getauscht und das möchte ich wieder mit euch teilen das paket sieht so aus allerdings habe ich das paket so von der seite offen bekommen von der post ich hoffe dass da keine dürfte verloren gegangen sind aufgeschnitten habe ich sie jetzt gerade eben und dann schauen wir doch gemeinsam rein einmal verpackungsmaterial und da schauen schon ein paar naschis raus einmal haben wir gebackene leidenschaft kekse hier zwei tafeln einmal kinderschokolade die mögen meine kinder so gern und genauso auch die milka hier und vom ritter sport den knusper flex danke liebe kira und da habe ich auch schon ein kärtchen da steht zum geburtstag 7.9.21 wir haben zwar ein tauschverein gehabt mit der lieben kira und da hat sie aber erfahren dass ich auch jetzt bald geburtstag habe hat sie mir dann auch schon ein geburtstagskärtchen und auch schon glück gewünscht danke liebe kira bin ganz happy servietten und dann kommen auch schon die duftis raus dann greife ich auch mal gleich zu von yankee candles sweet morning rose wie immer von der lieben kira alles doch gut eingepackt aber mittlerweile mache ich es auch mit paar düften so die wirklich so extrem intensiv riechen dass die dann nicht überlagen zwar nicht alle aber manche dann habe ich von der kira abgeguckt allerdings sehr intensiv rosige parfüm duft riecht gut riecht sehr gut rosig parfümig dann steht hier kira fresh cut christmas tree gegossen 24 schluss auf der 21 da ist ein stern und ein kleines pannenbaum drin einmal hier ganz schöne tannige duft aber ganz tolle tannendüfte es gibt ja viele tannendüfte aber da ist eine note drin fresh cut christmas tree eine tolle mischung der riecht toll die gefällt mir dann von zetzi saddle ab zwei stücke oh kira sogar dreifach mir kommt der leichte ledernote entgegen ja das ist eine ledrige note muss ich mal warm testen leicht ledrige was für die näher ja vielleicht muss ich warm testen dann von zensi winterberry apple team auch so zwei stücke ja der riecht mir so winterlich punchig süß süß apfellig und bärig der name oder die der duft gibt den namen passen gut zusammen perfekt 1 zu 1 so riecht der so dann weiter von zensi der riecht der riecht der riecht der riecht der riecht duft so, ja maskulin parfümig parfümig so ozeanisch Solche Dürfte habe ich, wenn es ganz heiß ist, gerne an, damit es so ein bisschen kühlt oder gefühlt auch so kühlt. Dann habe ich von Sensi Stitch Experiment 626 Schöner fruchtiger Duft. Das ist wirklich eine Süße. Mir fällt der Name nicht ein. Da kommen die fruchtige Note und danach, wenn man länger daran redet, kommt mir so eine Kaugummi. Vielleicht diese leichte Honig Melonen Geschmack. Aber süß. Der riecht toll. Schön fruchtig. Werde ich gerne testen. Hatte ich noch nie. Fing Stitch. Machen Sie weiter. Starglasing. Zwei Stücke. Und der ist parfümig. Ich liebe hier parfümige Düfte. Parfümig. Feminin. Aber schwer. Der geht in die Richtung Alien, aber riecht nicht wie Alien. Aber er geht in die Richtung. Riecht sehr schön. Er riecht nicht wie Alien, aber geht in die Richtung. Also sehr schöner Duft. Dann machen wir weiter mit Sansi. Arctic Kiss. Eine süße Eulenstrau. Zwei Stücke. Oh ja. Der geht für mich in die Richtung von Village Candle, dieser Rehenduft. Ozeanisch, frisch, Seesold mäßig. Ja. Würde ich auch gerne testen. Dann geht es weiter mit Sansi. Redberry and Spross. Oder Sprosh. Auch so zwei Stücke. Da riecht ich wieder Tanne raus. Leicht, so ganz leicht rote Beeren. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt diese Fichte, Fichte oder Tanne raus rieche. Den muss ich warm testen. Aber schlecht ist er nicht. Auch so tannige, leicht bärige Dufte. Den muss ich wirklich warm testen. Mal schauen, ob mir meine Nase hier ein Streif spielt. So. Dann von Sansi White Sans. Den kenn ich auch nicht. Auch noch nicht. So. So. Auch zwei Stücke wieder. White Sans, ne. Gibt es ja auch von Roos Creek. Oder? White Sans. Das ist eine leichte, seifige Sonnencreme-Note für mich. Zumindest kalt geschnuppert. Muss ich auch warm testen. So. So. Dann kommt von Duft-Konfetti. Rose, Wood and Velvet. Ich habe mal so ein ganzes Blatt hier. Blattmählen. Ziemlich groß. Eine schöne, helle, holzige Note. Also für mich grüne, holzige Note. Muss ich ehrlich sagen. Sehr schön. Riecht ganz, ganz schön. Oder grüne, so leicht grüne, holzige Note. Sehr schön. Dann habe ich von der Sköldewachs viel Gut Moments. Vier Stücke gleich drin. Coup d'Aber. Kleine Tefelchen. Das ist ein blumiger Duft. Ich glaube leicht rosig. Schöner Rosenduft. Aber nicht nur, das sind also wirklich mehrere Blüten für meine Nase. Helle Blüten, ganz schön. Ganz schön leicht, also ganz schöner Frühling-Sommer-Duft. Sehr schön. Also ganz schöne helle Note. Dann kommt von Scully Wax, Inca Wood Dream. Auf den war ich wirklich sehr neugierig. Auf den Duft von der Scully Wax, Inca Wood Dream. Da bin ich echt gespannt. Danke liebe Kira, dass ich das ausprobieren darf. Auch so ein Täfelchen. Das ist auch eine ganz leichte, ganz leichte, aber holzige Note. Aber ganz cremig. Eine helle, cremige, holzige Note. Muss ich echt warm testen, wie der dann sich entwickelt. Den muss ich echt warm testen. Ganz helle, cremige, holzige Note. So. Nehme ich den hier raus. Ultraviolett von Scully Wax. Von Scully Wax. Jetzt komme ich jetzt ein Stück raus. Ja, Ultraviolett, das ist ja so wie es auch... Ich habe den Duft von Miss Scully Wax noch nicht gehabt. Aber das ist eine ganz schöne feminine Parfümluft. Aber ich weiß nicht, ob der Parfüm Ultraviolett auch so heißt. Ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher, aber der ist schön parfümig. Ja. So hellblütige Parfümluft. Für meine Nase. So. Mal hier hin. Nochmal von Miss Scully Wax. Zeit für dich. Zwei Tafelchen sind drin. Tafelchen. Tafelchen. So. Und die Farbverlauf ist so süß. Rosa, lila, weiß. Hm. Zeit für dich. Hm. Ist das ein bisschen kräuterlich. Für mich, ich sage es mal so. Doofrichtung, aber mit blütigen Einschlägen. So riecht der. Für mich. Genau. So. Dann haben wir hier nochmal Zanzi. Rio Beach. Drei. Stücke gleich. Ich rieche schon. So eine Duft. So eine ähnliche Duft kenne ich. Und zwar von der... D-W-Hu. Ich sagte immer D-W-Hu. Vanillik. Kokosnuss. Ananas. Und intensiv. Sehr schön. Der riecht wirklich sehr schön. Dann haben wir Kira's Hexenküche. Lavendel und Kamille. Und jetzt haben wir noch so zwei Klemmschelstücke reingetan. Und jetzt haben wir noch so zwei Klemmschelstücke reingetan. Von so zwei, drei Herstellen, diese Mischung. Aber ich muss ehrlich zu sagen, bei jedem riecht es anders. Bei dem riecht es wieder anders. Also Lavendel. Also man riecht wirklich für meine Nase kalt gerochen. Beides intensiv raus. Sehr schön. Muss ich auch warm testen. Ich glaube, ich habe dir diese Mischung von der anderen Firma auch in dein Tauschpaket reingelegt, lieber Kira. Und da bin ich gespannt, wie du auch den findest. Ich liebe Kamille. Dieser abgewogene Kamillenduft, der ist wirklich so schön. Auch wenn ich Kamillentee trinke und wenn der Lavendel noch drin ist, ist das für mich so schön. Also ganz angenehme Duft. Nochmal Kira's Hexenküche. Von Yankee Candle. Gravewein and Oak. Und Traumdüfte Vanilla Birch. Oh, großzügig. Schon. Da bin ich aber gespannt. Hexenküchen sind bei mir immer willkommen. Da freue ich mich wirklich immer riesig. Ich rieche da als allererster was Grünes raus. Danach kommt wirklich diese Holznote. Ich denke, dass das von Oak und Birch kommt. Aber dieser Gravewein und Vanille, ich weiß nicht, ob die dann warm sind. Doch, wenn man dann länger riecht, dann riecht man diese leicht abgerundete. Ich denke, dass das dann der Vanille ist. Den teste ich gerne auf warm. Und jetzt weiter nochmal Kira's Hexenküche. Yankee Candle, The Perfect Tree and Baden Butterworks Woodland. Oh, der hört sich auch interessant an, lieber Kira. Schaut doch ganz süß aus. Klar, den Perfect Tree riecht man. Also Perfekt Tree ist überwiegt. Also riecht man, oder der riecht sehr stärker raus, als diese Woodland. Der ist etwas leichter. Also den muss ich auch warm testen. Macht man dann in die Richtung Weihnachten. Toller Winterduft hast du da zusammengemischt. So, dann kommt von Wohlfühlmomente Marokkan Orchidee und Pink Amber. Ach Gott. Der wird so oder so für mich gut sein. Marokkan Orchidee und Amber. Eine schöne, parfümige Duft. Könnte fast in die Richtung von Sugar Red Blossom von Yankee Candle Home Inspiration gehen. Geht in die Richtung. Definitiv für meine Nase. Muss ich immer wieder betonen, was meine Nase empfindet. Von der Duftzauberei Schwarzwald. Frangipangi. Frangipangi. Auf diese Frangipani Duft war ich schon immer neugierig. Ich habe keine Frangipani Duft zu Hause. Gar kein Wachsmelt oder Kerze oder sonst was. Da habe ich mir gedacht, wie der wohl immer riecht. Und jetzt, dank der lieben Kira, kann ich es jetzt wirklich testen. Die sind aber schon echt schön aus, wie das gemacht wurde. Drei Farben. Lila, rosa. Sehr schön. Ah ja. Okay. Ja. Schnau Blüte, klar. Kann das sein, dass das in die Richtung Pink Lady geht? Nicht ähnlich, aber der geht wirklich in die Richtung. Pink Lady ist leicht süßlicher, habe ich das Gefühl. Muss ich auch warm testen. Aber ich, mich erinnert der an so, die Richtung Pink Lady von Yankee Candle. Werde ich auch gern testen. Dann habe ich von, ist das Wohlfühl momentan? Ja. So, zwei Brübchen. Cool Coconut Surf ist eine. Ah, das sind beide die gleichen. Ja, ist eine. Eine schöne Kokosnuffdürft. Darfst du? Mein Sohn frägt mich gerade von hinten. Mama, darf ich das? Ja, eine schöne Kokosnussnote. Aber leicht. Keine Stärke. Sehr schöner Sommerduft. Dann von Sensationless Blackberry Patchouli. Ich liebe Patchouli-Düfte. Überwiegend rieche ich hier Patchouli raus. Und das macht wirklich den Blackberry für mich parfümig. Und der gefällt mir. Auch intensiv. Also kalt gerochen riecht das wirklich intensiv. Blackberry Patchouli. Eine sehr schöne, mystische Parfüm, das muss ich ehrlich sagen. So wie der tolle Label oben drauf. Dann geht es weiter. Von der Duftkonverti. Rosenblüten. Ups. Da sieht man noch ein Teil von der Rose. Cremig Rose kriegt er. Ja. Definitiv eine cremige Rose. Ach, Entschuldigung, ich habe auch zu euch Rosenblüten gesagt. Rosenlotion. Kein Wunder, dass ihr so cremig riecht. Rosenlotion. Jetzt was muss. So. Dann von bei Jenny. Spritzige Limo. Und dann. Oh ja, eine sehr spritzige Duft. Eine limonadige, spritzige Duft. Definitiv sehr zitrisch. Na, ich glaube, ein Kalz ist ein bisschen so putzmittelmäßig. Aber ich teste den auch warm. Mal schauen, wie der sich dann entwickelt. So. Dann haben wir von Jenny Kendall ein Schätzchen. Ach, nehme ich raus und frage. Und hier. Novemberin. Letzter. Novemberin. Na, blendet. Der riecht auch intensiv, ne? Da muss man nicht zu viel aufmachen, aber eine sehr schöne, intensive, frische Duft. Frischer Regenduft. Richtung Aftershave. Sehr intensiv. Gefällt mir. Das werde ich auch im Sommer wahrscheinlich in die Lampe hauen. Ich tue es mal in meine Teelichtlampe rein. Sommerleinen. So, drei Stückchen. Das ist auch ein Sommerleinen. Es ist für mich wirklich eine cremig, parfümige Duft. Und wenn ich länger rieche, da kommt auch dieser frische Wäscheduft. Aber cremig. Cremig, ganz leicht, ganz ein Tick parfümig. Frischer Wäscheduft. Aber überhaupt nicht steckend. Steckend. Stechend. Ganz, ganz, ganz angenehm. Werde ich auch gern testen. Oh, da kommt mir auch was entgegen. Und zwar eine Zitronenkerze. Das ist aber eine süße Zitrone, ganz ehrlich. Eine süße Zitrone. Der riecht für mich nach Zitronenbombom. Ich weiß nicht, ob ich den dann so anmachen werde oder ihn dann zu Melz mir gießen werde. Der riecht echt nach Zitronenbombom. Bomben. Bonbon. Lecker. Dann geht es weiter. Leute, wir sind lang nicht fertig. Von Yankee Candle. Tutti Frutti. Den hier. Eine Verpackung. Zwei und drei. Aber die riechen echt von... Die Wachskrams riechen echt intensiv raus. Ich finde intensiver als Melz. Die verpacke ich auch immer doppelt. Die Wachskrams. Eine ganz süße Frucht. Früchte Duft. Da riecht nun wirklich alle roten Beeren gemischt. Süß. Schöner, toller Duft finde ich. Dann tue ich wieder rein. Vielleicht wieder dreifach. So. Dann haben wir von Wohlfühlmomente. Perfekt Spoon Kiss. Diesen Duft kenne ich. Hatte ich auch mal. Ich mag diesen Duft. Da hat den lieber Kira auch geschrieben. Mandarine. Brombeere. Melone. Feilchen. Lavendel. Jasmin. Maiglöckchen. Nektarine. Honig. Eichenholz. Moschus. Also ich kenne diesen Duft. Das ist so schön parfümiger Duft für meine Nase. Wahrscheinlich durch diese Feilchen. Jasmin. Maiglöckchen. Und so weiter und so fort. Ist wirklich ein sehr toller Duft. Der Form hat mir so gut gefallen. Mit diesem Schwanz fehlt noch allerdings. Das Schwänzchen. Aber der war mir in der Lampe wirklich schwach. Schade. Weil dieser Duft gefällt mir. Dann werde ich es wirklich in einem kleinen Raum nochmal anmachen. Ich liebe diesen Duft. Eichlern findet der kleine. Die kleine. So. Von der Duftzauberei Schwarzwald. Mademoiselle Chantel. Ja. Parfümduft wahrscheinlich. Parfümduft. Oh ja. Eine sehr schöne parfümige Duft. Ich kann euch den aber leider nicht beschreiben. Doch kann ich. Wenn ich jetzt lange daran rieche. Geht der mir in die Richtung von. Wie heißt das? Von Chanel. Das heißt doch Coco Mademoiselle von Chanel. Ja. Genau nach dem riecht es. Nicht eins zu eins. Ich habe diesen Parfüm. Ich liebe diesen Parfüm. Der geht in die Richtung. Bin ganz ehrlich. Darum musste ich wahrscheinlich so lange daran riechen. Der riecht so ähnlich. Eins zu eins nicht. Aber sehr schöner Duft. Ja. Ich werde den doppelt einpacken. Ein Herzchen von der Duftzauberei Schwarzwald. Dark Vanilla. Eine schwarze Vanille. Noch ganz voll. Dark Vanille. Nach Vanille. Riecht da Parfümiges raus. Eine sehr schöne Parfümdürft kommt mir wieder entgegen. Sehr schöner Duft. Doch. Jetzt rieche ich auch Vanille raus. Da kommt wirklich am Schluss. Für mich riecht das nach vanilligen Amber. Vanille Amber. So riecht das für mich. Riecht sehr schön. Dann von der Duftzauberei Schwarzwald. Hohle ich mal los. So schaut es aus. Mal auszuholen. Mal auszuholen. Mal auszuholen. Ist das Meloncocum? Mal auszuholen. Mal auszuholen. sind das? Nein genau, Melone, Kurkuma. Einen schönen Fruchtduft. Ich rieche Melonenduft mehr. Den ruten Duft nehme ich hier nicht wahr, ganz ehrlich. Aber mal schauen, wie er es sich dann warm macht. Dann haben wir von der Duft Zauberer Schwarzwald nochmal einen Duft, Orchidee und Schoko. Wow, die Mischung kenne ich auch noch nicht. Hier steht es. Diese Mischung kenne ich allerdings auch noch nicht, auch ganz voll. Schlecht ist es nicht, Orchidee und Schoko. Habe ich noch nie gerufen. Orchidee überwiegt kalt, danach kommt dieser leichte Schokoladenduft. Also muss ich warm testen, aber schlecht riecht er wirklich nicht. Nein, überhaupt nicht, bin ganz ehrlich. Den werde ich gern probieren. Dann kommt von Woodwig, White Willow Moose. Eine schöne Maskuline. Oh, das ist wirklich für mich ein ganz toller Duft. Nein, ist nicht maskulin. Nein, Entschuldigung. Aber es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Es ist ein schwerer Duft, aber parfümig. White Willow Moose. Gefällt mir sehr, aber ich kann es leider nicht beschreiben. Mir gefallen die meisten Woodwig Düfte. Dann haben wir von Village Candle Obsession. Sehr mystische. Ja, der riecht auch intensiv durch, also muss man gar nicht aufmachen. Ist aber auch ein Duft auch. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht eine, weil das Lila ist, hier im Label, habe ich mir vielleicht gedacht, dass es Feminin Parfümig, aber überhaupt nicht. Das ist männlich Afterchiff mäßig. Genau, männlich Afterchiff. Tick Parfüm ist drin. Wird gern im Sommer verdüftet. Dann nochmal vom Wohlfühl Momente Highlight Cottage bei Vigia. 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 Oh, da kommt mir eine stechige Seifennote durch, bin ganz ehrlich. Genau. Eine stechende, ich weiß nicht, ob das der kräuterige Lavendel ist, aber ein sehr stechendes, kräuteriges Seifenduft. Ich weiß nicht, ob der weiter wandern darf. Vermutlich schon. Dann lege ich den mal so auf die Seite dann. Dann reiche ich weiter ein. Kommt von Zensi. Pailoof Time. Der hier. Kenne ich auch nicht. Vielleicht kennen manche von euch diesen Duft. Vier Stücke. Oh, da hat die liebe Kira auch die Komponenten reingeschrieben. Sehr schön. Da ist der blaue Regen. Seidenblüte. Seidenblüten. Palsymblume. Palsymblume. Ja, da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Ja, da ist er frische mit drin. Auf jeden Fall. Ja, denke ich. Es ist frisch. Frische Blütenduft. Seidenblüten und Palsymblume. Das ist eine frische Blütenduft. Definitiv. Eine sehr frische Blütenduft. Der Pailoof Time. So. Oh. Für meine Hexenküche. Was hat die liebe Kira dann mir da reingetan? Schaut mal die zwei Glitzer an. Das sind zwei, vier, fünf. Und hier auch fünf. Oh. So schön. Danke dir, Kira. Werde ich sehr gern verwenden. Vielen lieben Dank. So. Dann kommt mir sowas entgegen. Werde ich mir aufmachen. Ha. Hab ich ja vorhin das Paket aufgemacht. Will ich auch gleich vorbereitet sehen. Genau. Schneiden wir so einmal durch. So. Sehr schön eingepackt. Sehr schön bruchtsicher. Äh. Eine Milchkanne. Eine Milchkanne. Eine kleine Milchkanne. Äh. So Milchfläschchen. Kanne. Schaut ja süß aus. Leimpula. Das ist, glaub ich, der Marke von dem. Könnt ihr jetzt lesen. Und schaut so aus. Oh, ein sehr schöner Duft. Wirklich. Ein süßes, zitrischer Duft. Ein süßes, zitrischer Duft. Aber da der ja so klein ist, werde ich definitiv daraus melz machen. So wie ich mich kenne. Aber intensiv. Eine intensive, zitrische, süße Duft. Ganz süß. So. Oh. Leckerlis für meine beiden Chihuahuas. Die werden sich freuen. Weil ich hier jetzt drehe, habe ich zu meiner Tochter gesagt, sie sollen sie bitte in ihre Zimmer mitnehmen, weil mitten in meinem Video tun sie entweder bellen oder von mir irgendwas wollen. Da kommt vielleicht eine Gejaule dann. Da habe ich gesagt, nee, Tochter, nehmen sie doch bitte für eine Stunde zu dir ins Zimmer. Nein. Die wollen immer mitreden, ne? Dann haben wir Braid of Freedom von By Jenny. Das ist kein Lirax. Maskuliner Parfümduft. Aber der gefällt mir. Der gefällt mir. Leicht süßlicher, maskuliner, rauchiger Duft. Der gefällt mir. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Leute, ich kann das gar nicht lesen. Nehmt es mir nicht übel. Auch ein Regenduft. Das ist auch ein leicht grüner Regenduft, sie soll mäßig. Ja, das ist auch Regenduft für mich. Das lebe ich auch hier hin. Dann Cozy Nights von By Jenny. Sehr schön, mit Herzchen und Glitzer. Cozy Nights. Eine kuschelige, parfümige Duft. Eine kuschelige, parfümige Duft. Riecht echt sehr, sehr schön. Cozy Nights. Fala Lama von Yankee. Diesen Duft kenne ich. Ich habe auch allerdings nur den Wachskam. Aber ich habe ihn auch wirklich an meinem Wachskam nur kalt gerochen. Und das ist für mich eine süße. Ich glaube, da ist auch leichter Eukalyptus mit drin. Süß. Nadelbaumduft. Ich weiß nicht, was diese leichte, süße Note gibt. Das macht es so angenehm für mich. Eukalyptus, Nadelbaum und diese süße, so, also, eine schöne Weihnachtsduft oder Winterduft. Winterduft. Dann Soft Blanket. Blanket. Gelber Wachs. Eine sehr schöne, angenehme. Der geht aber nicht in die Richtung von Wuskrikshof Blanket oder so. Blanket. Ich weiß nicht, warum. Dieser Duft hier riecht für mich so schön nach Kaschmirduft. Der gefällt mir. Oh ja. Eine ganz schöne Kaschmirduft. Werde ich gern, die zwei Stücke, werde ich bald wie möglich in die Lampe hauen. So, nochmal von bei Jenny. Miss Coco Dupe. Also, ich nehme da diese Coco Mademoiselle. Also, ich nehme da diese Coco Mademoiselle. Für meine Nase eher der, der in die Richtung geht. Da kommt mir eine, ich weiß nicht warum, eine sehr seifige Note durch. Ich weiß nicht, ob ich das so erfinde. Ich lege den lege ich auch mal in die Seite hier. So, dann habe ich nochmal von Wuskrikshof Blanket. So, dann habe ich nochmal von Wuskrikshof Blanket. Das ist für mich, der geht für mich in die Richtung Warm-Tabakonote, also diese Tabaknote, aber ohne gewisse Süße, so riecht er für mich. So, dann nehme ich mal hier unten die raus. Dann haben wir hier Soul Fragrance bei Duftmädchen, Fedelein. Da ist ein süßes Schmetterling drin, zweifarbig, wie ihr es seht. Ja. Aber sehr schön. Ich mache das jetzt mal so. Da kommt mir auch eine seifige Note entgegen. Mal schauen, ob ich den Warm testen werde. Oder weiter rum verlassen. Werde. So. Dann haben wir von Woodwick nochmal, Woodsmoke. Fast, fast, fast ähnlich. Beide gehen in die gleiche Richtung. Da ist diese gewisse Süße mit drin, der da nicht, so auch Tabaknote, aber ein bisschen herber. Und da ist auch Tabaknote, aber ein bisschen süßlicher. Beide sind. Riechen sehr gut. Ah, dann habe ich hier von Sensi. Soll ich den jetzt überlegen, soll ich den aufmachen oder nicht? Den mache ich nachher auf und rieche dann daran. Go, go, Mango. Wahrscheinlich rieche ich das nach Mango, aber den lasse ich jetzt zu. Danke, liebe Kira. So. Dann geht es weiter mit Duftzauberei, Schwarzwald, Lavender, Weiß, Moschus, Weiße Moschus. Lavendel. Ich liebe Lavendel, wenn sie wirklich so mit einem Duft gemischt sind. So alleine Lavendel mag ich sie nicht, aber so eine Mix, der riecht mir schon toll entgegen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Schöner Lavendelduft. Lavenderweiß Moschus. Klar, ich liebe ja Moschus und wenn der Lavendel dann mit Moschus gemischt ist, ist das ja meins. Schöner Lavendel mit Moschus, für mich kann das nicht schief gehen, sehr schön. Duftzauberei, Schwarzwald. Dann Hexenküche und hier da. French Baguette, also Baden Butterworks, French Baguette und Gussgrücken, Strauberger. Hat sie zusammen gemischt, hat sie mit so zwei Heizfender. Auf den bin ich aber auch neugierig. Oh, zweifarbig, sehr schön. Hat sie sehr schön gemacht, die liebe Kira. Ja, den Beerenduft, den kenne ich jetzt, ist so ein Marmeladenduft für mich. Und den French Baguette. Ja, der Beerenduft überwiegt, aber den French Baguette. Den nehme ich kalt ganz, ganz leicht wahr. Muss ich echt warm testen. Aber keine schlechte Duft. Ich liebe ja dieses Strauberger. Ich liebe Erdbeermarmelade. Auch Erdbeerenduft mag ich. Ja, wenn man länger daran riecht, dann nimmt man es eher wahr. Und mit dieser Marmeladenduft überwiegt, muss ich warm testen, werde ich auch gern testen. So, da kriege ich ihn rein, mache ich nachher. Dann habe ich nochmal Hexenküche. Ein ganzes Klemmschel. Dann, ist das Gusskrieg, lieber Kira, einmal GCC? Ist das vielleicht für dein Gusskrieg Candle? Wenn nicht, schreibt es mir mal unter den Kommentaren. Also, Peaceful. Peaceful Guss. Nee, ich glaube, das ist eine andere Marke. Also, Coconut und Sandalwood. Mit Warm Sunset. Auch von der GCC. Ich weiß nicht, ob das Gusskrieg. Aber die liebe Kira, schreibt es uns bestimmt unten hin. Bei den Kommentaren. Ja, Warm Sunset. Liebe ich. Und Sandalwood. Eine sehr schöne Note. Note. Sehr schöne Mischung. Sonnencreme mit Sandelholz und Kokosnuss. Der Warm Sunset geht ja für mich immer so nach parfümiger Sonnencreme. Und Sandelholz und Kokosnuss. Also, das ist eine tolle Mischung. Man riecht, Kokosnuss rieche ich im kalten Zustand nicht gleich aus. Aber Sandelholz und diese Warm Sunset. Sehr schöne Mischung. Mal schauen, wie der sich auch warm macht. Ja, dann geht das rein und zieht. So, da kommt mir sowas entgegen. Das ist auch das letzte. Mache ich auch gleich auf. Natürlich eine große Kerze von der lieben Kira. Das ist sehr schön. Von der Preises der Argan. Eine ganze große Kerze. Was soll ich von der Duft sagen? Eine sehr schöne Ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich Ob das jetzt von Beschreibung her in die Richtung Amber geht. Weil es auch so süßlich ist leicht. Also, eine sehr, sehr schöne Duft. Kira kennt schon meinen Geschmack in und auswendig. Wie es schon auch so scheint. Ja, eine sehr schöne sehr schöne Duft. Zum Preis ist Argan. Werde ich mir definitiv zu Melz machen. Was heißt der definitiv? Ich stelle es immer unter den Walmer und wenn es dann so geschmolzen ist, ziehe ich es einfach ab und dann mache ich es mal draußen. Oder ich mische sie dann mit einem Duft. Sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Kira. Oh, zuletzt habe ich vergessen. Tee mit Apple Pie. Wow. Tee mit Apple Pie. Ah, definitiv ein Weihnachtsduft. Würzig. Apfel. Der riecht mir fast, fast wie Apple Cider von Wurst kriegt. Aber da ist noch diese Tee-Note. Bin ganz ehrlich, der riecht aber lecker. Der kommt mir auch in die Richtung. Liebe Kira, also danke für das großzügige Paket. Vielen liebenden Dank. Also ein sehr schönes Paket. Ich habe nur drei Düfte auf die Seite gelegt, die vielleicht weiter wandern dürfen. Das sind die hier. Ansonsten sagen mir wirklich alle deine Düfte zu. Du kennst ja meinen Geschmack. Ich bin auch ein Hexenküchen-Fan, weißt du. Ich hoffe, mein Paket gefällt dir auch. Und ich wünsche dir alles Gute. Bleib mir gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.